ARD Text im Auftrag von Funk Alter ne Werkbank Da machen wir noch ein Viertes Munition für Scharfschützengewehre Ja hab ich leider ganz dabei ne So da haben wir dann das da, das passt auch so Da machen wir auch noch ein paar Reinigen Ich weiß so viel geschossen haben wir damit jetzt auch nicht Aber naja unterwegs ne viel Dreck Viel zu viel Dreck So Die Maske können wir sauber machen Das haben wir bekommen Bewegungsmelder Dieses hochentwickelt Gerät benutzt mehrere Detektoren und vorgeschritten Computeralgorithmen Um feindliche Einheiten zu erkennen die sie bewegen Zur effektiven Nutzung ist jedoch etwas Übung erforderlich Ehhh Okay Jetzt bin ich mal gespannt Ach das ist die Lampe jetzt bloß Ehhhh Ehh Na Hier können wir ja eigentlich wieder runter Weil das Nest haben wir ja jetzt Warte geht´s noch mal hoch Boah, ich habe jetzt schon keinen Bock, mir den ganzen Weg wieder runde zu laufen Ah, da gibt es ein Seil Sehr gut Warte mal, aber ich könnte hier mal von hier aus Zählt das auch, nicht? Zwei Dinge Zählt das? Ja, das zählt auch Der ist da hinten Der ist auch, oder? Scheinbar nicht Hä? Was? Ich habe doch... Den falschen Knopf drücken Hui Ja, ist schon einiges, ne? So, abwärts Ich sollte mal zum Auto zurück, hätte ich gesagt Weil das sollten wir nicht zurücklassen, hätte ich jetzt mal schwer behauptet Ist das das Umwelt? Hä? Ach, das ist das Lied vom Auto Jetzt dachte ich schon, hä? Ist das eine Patrouille, oder so? Ist das da hinten, glaube ich, ne? Jetzt in die Richtung scheu ist es das da, ja Okay Ach, das waren die Explosionen Mei, oh Güte Ach, du dickes Ei Nein, 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 nein Artyom, da wir. Ein neuer Einheim. Eine einheimische Frau hat uns kontaktiert. Wir sind am Leuchtturm von Wattens belagert. Wenn Sie mir helfen, dann helfen Sie uns die Kommunikationszentrale zu bilden. Diese Gelegenheit können wir uns nicht in den Gehen lassen. Wir sollten helfen, aber wachsam an. An die Arbeit, Villa, Ende und Auf. Alle mal zuhören, der Baron wird jetzt wählen. Alle mal zuhören, der Baron wird jetzt wählen. Der Baron kann mir im Arsch lecken. Ihr verdammten Arschlöcher! Was ist so schwierig daran, sich mit einer ganzen Bande eine armselige Braut zu krallen? Sie hat schon ein Dutzender Jungs umgelegt. Tja, wenn ihr weiter mit euren Ersten denkt, springt sie euch auch noch rum und plopft dann an meine Tür. Die Primitiven erzählen bereits Legenden von dieser Hexe. Musst ihr hier weiter wie so kümmerlich abliefern, betet ihr sie bald auch an. Es interessiert mich einen Scheißzeug, wie ihr sie schnappt. Makelt die ganzen Häschen ab, falls nötig. Aber wehe, ihr kommt mit leeren Händen zurück. Dann singt ihr am nächsten Morgen im Fall Bett. Verdammte Wichser! Weitermachen, Leute. Der Baron hat gestrucht. Alles klar. Das Ding ist hochgegangen. Das ist hochgegangen. Scheiße. Ach, sie ist hochgegangen. Scheiße. Das tut ja weh. Oh. Danke. Läuft bei euch, ja? Oh! Wow! 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 Ja, aber es wäre vielleicht das, wenn die mich hier nicht umbringen würde. Also die hat hier halt alles komplett zugemauert mit Fallen und was der Geil, was für ein Scheiß. Ja gut, dazu kommt halt noch, dass es ziemlich die Vollidioten sind. Oh! Hey! In dem Durchgang hat sich gerade etwas bewegt. Ich glaube da ist etwas... Seht ihr das? Da unten! Hey, ich se... Da ist der Fein! Was, die Jungs! Hey Leute! Wer ist hier? Das ist der Wichser vom Zug! Der Fein ist da unten! Weil wir sind nicht, dass ich der Wichser vom Zug bin, ich könnte auch irgendein Wichser sein. Was für Wichser. Haben wir heute schon mal das Wort Wichser benutzt? Könnt ihr mal mit MG schießen, bitte? Ich habe gerade Munition für euch verschwendet, man. Ah ok, fände ich gut. Als ob ich das nicht sehen würde. Skyrim erprobt. Oder Zelda Scrolls an sich erprobt. Was natürlich nicht heißt, dass ich in sowas nicht trotzdem schon mal neiglaufen bin. Das schaut ein bisschen falsch aus. Ach, ihr habt mich gar nix sehen gehabt. Scheiße. Boah, was? Noch einer weniger. Hey, komm bitte. Wollt gelaufen. Ja. War wohl nix. Hä, Leute. War wohl nix. Was? Das ist die böse Killershow. Oh, keine Ahnung. Lebt der doch? Au. Tschuldigung. Oh mein Gott. Aua. Das war, das war eigentlich bloß. Ich dachte ich könnte das vielleicht erlösen oder so. Gut, ich wollte es auch mal ausprobieren, ob es was bringt, aber. WTF? Wie viele Leute sind denn da? Eigentliche Flamme, was zur Hölle sind wir so prägt. Was? Kann die mal stehen bleiben? Stopp! Stehen bleiben, oder ich schieße! Stehen bleiben, du nah! Lass den Aufschub unter, du Miststück! Du kannst es nicht alle umlegen, Schlampe, selbst wenn nur einer von uns hier hier bleibt. Scheiße, wer zum Teufel bist du denn? Oh oh. Du bist euer Baron, warum ist der noch nicht hier? Nimm das, du Scheitern! Was ist denn das ein Scheiter? Oh! Boah, für Ziggy! Dreckiger Hund! Achso, weil sie rot ist. Oder? Das ist für dich, dreckiger Wurm! Bleib mal so! Danke! Äh! Oh fuck, das ist die Leiche! Hä? Oh, da ist hinter mir einer gewesen, willst du mich verarschen! Dämlicher Penner! Man sieht ja auch nix! Na komm, lauf ein bisschen schneller, ich möchte es noch abschließen und dann... Ich sehe finito heute! Wieso klingt da oben rechts eigentlich dieses Atomzeichen? Da war doch die Arche, ne? Ah, egal... Ah, egal... Was ist denn, ist das hier oben? Stehen bleiben, du Naht! Lass den Aufzug runter, du Mist! Du kannst uns nicht alle umlegen, Flampe! Ja, aber ich kann euch umlegen! Was soll ist das? Hä? Da! Achso... Nimm das, du Scheitern! Ah! Kleines Arschloch! Da, du dreckiger Hund! Jetzt reicht's! Hä? Jetzt siehst du dich töten! Jetzt siehst du dich töten! Gibt die Deckung! Notlagen! Wie die alle am Boden? Ja! Ach! 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 Hey, komm! Ja! Wir werden alle Hunde töten und dann Tee trinken! Sind doch schon tot! Ist alles ruhig? Sind alle tot? Dann komm hier hoch! Sorry! Ich muss hier erstmal einsammeln! Da! Den da noch! Okay! Du hast meine Feinde getötet! Daher betrachte ich dich als Freund! Die Tür ist verriegelt! Warte! Ich lass den Aufzug runter! Ja, wär nett! Welchen Aufzug? Ah! Das Boot, oder? Ah! Das ist das Boot! Irgendwie ist es immer ein Boot als Aufzug! Es ist ein Boot! Ich trinke nochmal kurz was zu! Ach ja! Ja! Komm zum Aufzug! Ich bin ja schon drin! So gut wie! Ein Boot kann man das nicht mal bezeichnen! Eigentlich ist es bloß nur ein Stück davon! Einmal... Drei! Hallo! Markier's doch! Jetzt! Komm rein! Wer Munai Beiler tötet, ist mein Freund! Die Munai Beiler, wie wir sie nennen, haben meine Leute zu Sklaven gemacht! Wollten mich in Fesseln legen! Der Tod ist besser! Leuchttur! Hörde mich! Leuchttur! Bitte kommen! Ist unser Mann da? Ende! Ach du Scheiße! Ich höre dich laut und deutlich! Dein Mann hat mir geholfen! Ich stehe in eurer Schuld! Aber warum seid ihr hier? Fünf Jahre ist niemand gekommen! Nur Munai Beiler! Dieun! Was weißt du über die Antennen seit einem Leuchtturm? Das war vor dem Krieg eine Kommunikationszentrale! Meine Mutter hat da gearbeitet! Sie war ein Kommunikationsoffizier! Das Gebäude ist seit langem verlassen! Ich habe dort nach dem Krieg Spuren von Mutter gesucht! Habe aber nichts gefunden! Verlassen! Geh wohl! Wir haben dir geholfen! Kannst du jetzt unserem Mann helfen da hinein zu kommen? Gut! Ich helfe ihm! Archer! Du musst das Archiv finden! Es sollte sich in der Nähe der Kommandozentrale befinden! Such nach Aufnahmen von vor dem Krieg! Ab dem Jahr 2013! Der Mia wird bald da sein! Du kannst darauf erzählen! Villa Ende und aus! Okay! Wenn wir gehen wollen, dann besser jetzt! Bevor noch mehr von ihnen kommen! Benutze die Werkbank, wenn irgendwas repariert werden muss! Es gibt alle möglichen Gefahren! Ein kluger Mann würde da nicht hingehen! Du scheinst klug zu sein, aber du hast keine Wahl! Warum hast du da vor irgendeinem Typen das Zeug liegen? Egal! Also auf Zeiten da! Ja, okay, okay! Oder du schiebst mich auf Zeiten! Was haben wir ein schönes gefunden, Alter! Was haben wir denn alles? Uuuuh! Hier reich an Sachen sein! Zack! Ist immer voll! Eigentlich auch voll! Nochmal reinigen! Ach ja! Gegen Menschen käme ich am liebsten! Stabilität! Wir nehmen jetzt mal das da, damit wir die auch immer wieder so zum Schießen benutzen können! Okay! Oh, Entschuldigung! Boah! Ich weiß nicht warum, aber jetzt musste ich auf einmal plötzlich loshusten! Ähm! Ich bedanke mich jetzt aber an der Stelle bei euch fürs Zuschauen! Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von... Metro Exodus! Ach! Das Spiel bockt sich einfach! Ich verstehe immer noch nie, wie man dem Spiel 68% geben kann! Aber Vorplayers halt! Die sind dann bei manchen Sachen saukritisch! Äh! Ja! Also! Macht's gut und Servus!